Mit Stacheldraht gegen Strauchdiebe. Das dachten sich Hans und Kerstin Funk aus Niestetal, als wieder einmal Unbekannte die Triebe ihrer Hortensien abgeschnitten hatten. Eigentlich habe sie Strom nehmen wollen, so Kerstin Funk. Ihr Mann riet ja davon ab und installierte stattdessen eine Stacheldrahtkonstruktion. Seine Frau käme ja sonst in Teufels Küche, sagt er dazu. Mit dem Stacheldraht hoffen die beiden nun, dass ihre Hortensien künftig vor Strauchdieben verschont bleiben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017